moin leute und herzlich willkommen zurück auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute spielen wir the fishing club eine weitere folge weiter ja wir waren wir haben aufgehört in der letzten folge ab level 6 haben wir geschafft ich habe mir das noch mal anders überlegt das spiel ist gar nicht mal so schlechter schwingen werden wir mal gucken was uns hier noch erwartet und werden jetzt hier mal die wurde wieder auspacken und wir mal gucken was hier noch so geht und wir müssen level 10 erreichen um an wettbewerbe teilzunehmen mal sehen was das so ist ich glaube da kämpfen wir gegen andere spieler die das spiel überhaupt noch spielen und man ist es heute nicht aber das dauert noch ein bisschen also dicke fische mal wieder bekommen so wichtige ich glaube dann müssen wir mit würmer arbeiten so du gehörst mir ja das sind nur so kleine ich probiere mal aus wir müssen mal was kaufen hier shop obwohl wir haben ja eigentlich noch was moment gucken müssen wir mal das hier aus mal sehen vielleicht geht das ja besser da kommt jemand ich wollte den großen da haben aber der hat nur angebissen war nicht richtig aber das ist auch schon großer brocken glaube ich größer als die andere diese streiten hier kommt alle dran nacheinander eine neue art ja komm großer fisch boah die sind so heftig auch wieder nur so einen kleinen vielleicht müssen wir ein bisschen sonst abfahrten bis der große anbeißt wir probieren das gleich mal aus wo ist das ein großer ich glaube das ist so ein großer ja besser und kommt jetzt habe ich dich blauer blauer oh ja da kommt wieder ein großer da kommt wieder ein großer da kommt wieder ein großer ich glaube den hatten wir noch nicht doch hatten wir schon ok da kommen wir dann weg hoch und das ist hoch 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 wir haben 17.000 das ist ja richtig heftig schon das passiert so wir haben gleich keine angehaken mehr wir haben nur noch vier stück so noch ein wurf haben wir level 7 erreicht da kommt bei stone da kommt der große und kommt 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 so wieder cash bekommen zweimal können wir noch ausholen ok das hat nicht so viel gebracht so einmal noch so wir haben wir noch haken nehmen nicht wir noch ein bisschen köder haben wir noch wochen unbedingt haken ja andere haken können wir noch nicht aber es gibt richtig viel auswahl das gefällt mir so ich würde sagen ja ach so das sind die ein kilo dann nehmen wir doch die großen hier ja und ausrüstung vielleicht sollten wir das gebiet noch mal wechseln aber erst noch einen hier fangen und put 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 ja ich glaube einer hat es gebrochen da kommt er das ist ein brocken holy holy was mir oder sah größer aus irgendwie oh ja der ist richtig groß gewesen so vielleicht haben wir noch was am gebiet freigeschaltet so wo wir gerade sind ist für level 3 level 1 aber wir können nicht woanders machen das ist blöd also wir müssen level 8 kriegen wo kommen wir hier hin ja dann müssen wir hier bleiben ah es gibt noch eine weltkarte ok also noch viel zu machen hier vielleicht schaffen wir das ein level hier noch in dieser folge ich hoffe es na kommt vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen oder an einer anderen stelle werfen da kommt es Mensch das dauert doch nicht so lange hier kann doch nicht wahr sein ja da kommen sie aber die Angel ist fast durchgebrochen so dann werfe ich mal da hinten hin so wieder hier vorne da kommt ja boah gab nicht so viele punkte noch ein kleiner kleiner borsche ist das ok ist auch wieder ein kleiner so da kommt her der hinlässt ein großer aber der kommt bestimmt nicht oder er ist abgehauen vielleicht sollte man uns auch eine neue angel kaufen ich glaube je nach angel kann man weiter ausholen und eine größere rausholen jetzt kommt da ein paar da kommt ein riesiger so dich habe ich ne das ist der kleine gewesen aber ok jetzt angeln wir nochmal mit Brot wir haben 18 kg können wir gleich auch noch verhökern da haben wir ein bisschen mehr Cash und dann wir die was geht schleppen weiter jetzt vielleicht noch rechts mal werfen da sind ein paar große um ran hier ja der große so 19 kilo haben wir so ich wollte nach hier ein bisschen werfen das zu bracht oh komm das schaffen wir ja zack das ist ein kleiner war ja da kommt einer los was geht der bringt nicht mehr so viel xp so 20 kilo fischer ein auswurf noch und dann müssen wir leider schon wieder beenden aber natürlich verkaufen wir noch gleich den fisch oh es wird gewogen mein fang wird gewogen na was haben wir da wo ist das war ja hier gewogen wie lange dauert das ich weiß nicht ob das spiel gerade abgestürzt ist jetzt das hat irgendwie extrem lange gedauert so jetzt wollen wir noch den ganzen fisch verkaufen 2000 irgendwie lecker spiel rum jetzt hat das überschrieben ok dürfte ich vielleicht auch drücken wenn euch das video trotzdem gefallen sollte dann lasst auf jeden fall den daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten video bis dahin ciao